Untertitelung des ZDF, 2020 Äh, Captain? Was ist los, Fidel? Um ehrlich zu sein, ich wollte fragen, ob ich auch in den Handyvertrag rein kann. Oh, da muss ich dich enttäuschen, du. Der Vertrag geht ja nur für bis zu sieben Handys. Wir sind achtmal an Bord. Du weißt, immer gerne, aber das wird nichts. Alles klar. Hallo! I love! Ah, eh, ahoy! Und jetzt? Nein! Wir sind jetzt! Nein! Jetzt! Und nun? Aber jetzt vielleicht! Nein! Kommt was! Aber jetzt! Komplett gestört. Bevor Sie durchdrehen und anderen aufs Dach steigen, melden Sie sich bei uns, wenn Sie Fragen zu Ihrem Fernsehempfang haben. Siehst du was?